Und auch der kleine Verkehrspolizist in New York wusste, was für eine Tragik sich in Prag abspielte und setzte sein Blaulicht und dann sind wir zur sowjetischen Botschaft gefahren. Die dritte Avenue runter und kam zu Shepard Nazo und der stand schon in der Tür und empfing uns. Untertitelung des ZDF, 2020